Er soll dazu verhelfen, dass die Talente den Sprung in den Profibereich bzw. die erste Mannschaft schaffen. Der neue U23-Trainer der TSG Hoffenheim, Vincent Wagner. Herr Wagner, was hat Sie an dieser neuen Aufgabe gereizt? Ja, also ich meine, hier in Hoffenheim hat man die Gelegenheit, ich glaube, wie kaum anderswo in Deutschland mit Top-Talenten zusammenzuarbeiten. Also wenn ich jetzt sehe, was wir für Jungs im Training haben bei uns, das sind schon außergewöhnliche Talente und ja, das kriegt man halt wahrscheinlich nur in Hoffenheim, vielleicht noch bei Borussia Dortmund und dann war es das und das ist natürlich eine super reizvolle Aufgabe. Deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf. Wenn Sie den Menschen Vincent Wagner mal beschreiben müssten, was ist das für ein Typ Mensch? Auf welche Werte legt er als Trainer besonders Acht? Ja, ich bin seit 15 Jahren verheiratet, also ich bin sehr loyal. Was ich auch unheimlich wichtig finde, ist fleißig zu sein. Also Fußball ist auch Arbeit, da kommt man am Ende des Tages nicht drum rum. Aber wenn man von Fußball redet, dann ist das natürlich auch Spaß und deswegen habe ich Fußball nie als Arbeit gesehen. Der Mensch Vincent Wagner, ja, loyal, fleißig, ein bisschen positiv verrückt. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Was ist die oberste Prämisse als U23-Trainer? Ist es die Heranführung an den Profibereich, an die erste Mannschaft? Ist es die Talententwicklung? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, also sicherlich ist unsere Aufgabe Nummer eins, Jungs rüberzukriegen ins Stadion. Dass sie diesen letzten, diesen letzten Schritt gehen. Profis sind sie ja schon, wenn sie bei uns, wenn sie bei mir sind. Aber diesen letzten Schritt zu machen vom U23, vom Regionalliga-Fußball in den Bundesliga-Fußball, ist ein großer Schritt. Aber das ist das Ziel und das ist unsere erste Aufgabe und dabei versuchen wir die Jungs bestmöglich zu begleiten. Das erste Mal können das ihre Jungs dann am kommenden Sonntag unter Beweis stellen, am Regionalliga-Auftakt gegen Hessen-Kassel letzte Saison Platz 13 erreicht. Was ist so das Ziel für die kommende Saison? Ja, unser Ziel ist auf jeden Fall als Mannschaft deutlich besser abzuschneiden, als wir es letztes Jahr gemacht haben. Das ist nicht so einfach, weil Regionalliga Südwest wahrscheinlich eine der stärksten Regionalligen in ganz Deutschland. Aber wir haben einen guten Kader, wir sind echt motiviert, haben natürlich auch ein schönes Brett zum Start mit Kassel, mit Offenbach, auch relativ schnell dann mit Ulm. Also wir haben schon ein sehr, sehr schweres Auftragsprogramm. Ja, da werden wir versuchen bestmöglich zu punkten und dann eine gute Runde zu spielen. Wenn sie bestmöglich punkten, wäre sicher auch Dietmar Hopp zufrieden, der neulich erwähnt hatte oder kürzlich, dass er auch mal die zweite Mannschaft in der dritten Liga sehen würde. Inwiefern setzt sie das unter Druck, beziehungsweise gibt es da einen mehrstufigen Plan, wann dieses Ziel erreicht werden soll? Unter Druck setzt uns das gar nicht. Es ist echt angenehm, in der U23 zu sein, die ambitionierte Ziele verfolgen, weil ja, das eröffnet uns ja auch ganz andere Möglichkeiten. Also es ist ja viel besser als das fünfte Rad am Wagen zu sein. So haben wir sicherlich Ambitionen und unser Ziel ist es, uns zu verbessern. Und wenn man es dann schafft, sich jede Saison zu verbessern, dann ist irgendwann die dritte Liga auch der logische Schritt. Nur die Bäume wachsen auch für uns nicht in den Himmel. Also Step-by-Step dieses Jahr ist auf jeden Fall besser abschneiden als letztes Jahr das klare Ziel. Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie sich stetig verbessern und wünschen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.